Das nimmt dann halt schon mit, ich hab schon Gänseaut. Ich würde sagen auf jeden Fall, wir gucken mal rein. Die Bilder, die hier zu sehen sind, sind erschreckend. Da sind ganze Wohnhäuser eingebrochen und Leute darunter begraben. Das ist jetzt eines von zwei Erdbeben-Videos, die das Blaulicht-Magazin hochgeladen hat. Ich würde sagen, wir gucken einfach beide und lassen uns von den Bildern ein bisschen zeigen, dass es bei uns ganz schnell ebenfalls zu einer Katastrophe kommen kann. Denn so weit entfernt ist es dann jetzt auch wieder nicht. Die Situation in der Erdbebenregion in der Türkei und Syrien ist weiter katastrophal. Mindestens 20.000 Tote haben die schweren Beben bereits gefordert und noch immer werden unzählige Menschen unter den Trümmern eingestürzte Häuser vermisst. Die Einsatzkräfte arbeiten am Limit und von Stunde zu Stunde sinkt die Wahrscheinlichkeit, noch Überlebende zu finden. Doch es gibt auch Wunder, so wie gestern Abend in der türkischen Stadt Kararanmarasch. Dort hatten Rettungshunde an einem eingestürzten Haus angeschlagen. Rettungskräfte und freiwillige Helfer versuchten danach, die in den Trümmern vermutete Person zu orten. Immer wieder herrschte absolute Stille, um Klopfzeichen oder Hilferufe hören und zuordnen zu können. Und dann gab es endlich ein Lebenszeichen. Unter Jubel und Freudentränen konnte man sich sicher sein, dass selbst 90 Stunden nach dem tödlichen Erdbeben noch Chancen auf eine Rettung bestehen. Unermüdlich wurden dann Schutt und Trümmer beiseite geräumt, immer mit der Gefahr, dass das Gebäude noch weiter einstürzen könnte. Stundenlang versuchte man mit dem Opfer in Kontakt zu bleiben, so lange, bis man sich einen Weg durch den Beton gebahnt hatte. Und dann war es soweit. Der Mann konnte nach vier Tagen ohne Wasser und unter eisigen Temperaturen lebend gerettet werden. Ein Rettungswagen übernahm das Opfer sofort und brachte es in ein Krankenhaus. Hier nochmal die emotionale Rettung in Bildern. Das ist halt Wahnsinn. Oh, nicht laufen. Mach doch nicht den. von Körnis gelinen Rettung in Bildern. Es ist halt totenstill. Es nimmt dann halt schon mit, ich hab schon ganze Auten sozusagen. Es ist halt so gut, ich hab schon gesagt, ich hab schon gesagt, ich hab schon gesagt, Untertitelung des ZDF, 2020 Schöne Kette Das sind halt einfach Bilder, die zum Nachdenken dann reden War schon selber bei so einem eingestürzten Haus im Einsatz, damals mit der Feuerwehr Das war eine Gasexplosion Und da waren alle schon aus dem Haus draußen Das wussten wir am Anfang zwar nicht, aber es waren dann alle aus dem Haus draußen schon Da war niemand mehr drunter, aber das ist halt einfach, wenn du zu so einem Einsatz kommst Wenn du dieses Bild siehst Alter, das ist halt schon Da fängst du schon an zum Nachdenken Das ist halt einfach, wenn du hier bist, dann bist du hier Also sowas ist bestimmt für die Rettungskräfte halt auch irrsinnig wichtig, dass die da jetzt nochmal wem rausbekommen haben aus dem Trümmerfeld. Ich glaube, das ist halt irrsinnig anstrengend für die Psyche, wenn du da wirklich eine Leiche nach der anderen rausholst. Das ist glaube ich wirklich, so etwas lässt einen dann weiterarbeiten, weil ohne dem, glaube ich, bist du nach einem Tag oder so, bist du am Ende und sagst, ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das von ihm ist oder jetzt meine Leitung mal wieder. Kann beides sein, so ein bisschen. Eigentlich durchgeladen wäre das Video. Ich weiß nicht, wie es ist. Diesen halb eingestürzten Wohnhaus, das ist ein Wahnsinn. Aus dem Tages, ich sage jetzt. Ich bin So, das war ein Video. Ein zweites Video gibt es da auch noch mal. Das sind halt Bilder, die wie gesagt, die wirklich zum Nachdenken anregen. So, warte mal kurz. Ich möchte das Ganze noch mal neu laden und gucken, ob es dann vielleicht besser ist. Ich glaube, das ist im Video tatsächlich. Ja, wir sind hier in Marasch. Es ist sehr stark betroffen. Hier sind ganze Stadtviertel, ja, nicht ausradiert, aber sie sind so stark betroffen, dass ganze Häuserblocks nicht mehr stehen. Sie sind auch noch aus dem Trümmerhaufen bestehen. Das Leid ist dementsprechend groß. Es werden aber Personen gefunden und gerettet, auch heute noch. Das ist halt wirklich ein Wahnsinn. Ich bin ein bisschen abgelenkt immer, weil es immer zum Hängen anfängt, was mich halt hart nervt. Aber es ist halt ein Wahnsinn, doch immer wieder die Schierkraft der Natur zu sehen. Die Chance ist auf jeden Fall da. Die Zeit läuft gegenein. Wir haben hier nachts Minustemperaturen. Die Personen haben seit Tagen nichts mehr getrunken. Es gibt natürlich auch nach langer Zeit noch Wunder, aber die Zeit arbeitet gegenein. Wir sind gestern Nacht in den Einsatz gegangen. Und der Suchhund konnte relativ viele Personen orten. Von diesen vielen Personen konnten wir tatsächlich an drei Stellen selber tätig werden mit der Rettung. Zwei Personen wurden innerhalb weniger Stunden gerettet. Und der längste Einsatz war 16 Stunden, wo wir eine Mutter und ein Kind aus den Trümmern retten konnten. Es besteht Hoffnung. Es werden immer noch Personen aus den Trümmern gezogen. Auch heute werden, ich gehe davon aus, viele Menschen noch gerettet werden. Ich gehe auch davon aus, dass morgen noch viele Menschen gerettet werden können. Und das treibt einen an. Die Ortung beginnt meistens mit einem Bericht einer Person, die sagt, da müsste noch jemand drin sein oder man hätte etwas gehört. Wir setzen als nächstes dann die Rettungshunde ein. Wir haben drei Rettungshunde dabei. Das kann ergänzt werden durch eine technische Ortung, durch Kameras, durch Horchgeräte, mit denen man das Klopfen aufnehmen kann. Und sobald die Person geortet wurde, wenn man weiß, wo sie ist, dann muss man sich überlegen, wie man dorthin kommt. Da kann es sogar sein, dass ein längerer Weg schneller geht als der kurze Weg. Es sind sehr viele verschiedene Objekte in den Trümmern, von Holz, Möbel, Metall. Da kann mal ein Kühlschrank im Weg sein und dann muss man sich einen Weg dorthin durchbahnen. Wir haben das entsprechende Rettungsgerät dabei, bis hin zu Spezialkettensägen, mit denen wir uns dann durch den Beton arbeiten können. So eine Einsatzstelle kann sehr schnell gehen. Kann auch wieder sein, dass es 16 Stunden dauert. Das können wir nur abfaden. Das können wir nur abfaden. Es ist halt wirklich, wirklich, wirklich ein Wahnsinn. Vor allem, wenn man sich überlegt, dass das halt ohne Weiters auch bei uns passieren kann. Ich meine, dass ein Erdbeben bei uns passiert, ist eher unwahrscheinlich. Aber wie gesagt, eine Gasexplosion oder so, wie wir es vorhin gesehen haben, Hochwasser, das kann jederzeit bei uns passieren. Und da kann man eigentlich nur glücklich sein, dass es Leute gibt, die einen dann mit Hund oder was auch immer wieder rauskriegt aus dieser ganzen Geschichte. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.